Äpfelchen immer schön mitnehmen. Bumpa früchte ich weiß. So, Vögelchen. Dankeschön, jetzt ist er wenigstens hochgesprungen. Hier kann man auch, glaube ich, eine Abkürzung machen, dass man hier da runterspringt irgendwie. Ja, das ginge. Aber das Risiko ist mir zu groß. 2-1 Risiko. Das ist auch eine blöde Stelle hier. Wenn man da gegen die Decke knallt. Ich wollte jetzt einfach mal versuchen, mit Schmackes durchzulaufen. Aber ich glaube, wenn der gerade am Schmeißen ist, dann kann man drüber springen. Das wollte ich auch mal gerade ausprobieren, ob das funktioniert so. Ne. Da habe ich... Obwohl ich war, glaube ich, sowieso zu früh. Waren da eben Kisten? Dann habe ich die mitgenommen. Weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt eine Maske, ne? Das ist schön. Das hier ist auch eine wunderschöne Stelle. Nämlich genau deswegen. Ne, da oben waren keine Kisten. Doch, haben wir wohl eine Maske. Das ist gut. Okay, wir haben die Maske behalten. Das ist schön. Ne, das hier war die Stelle. Die Kacke war. So. Was ist das denn hier für ein Brio-Ding? Zeig mal her. Ist bestimmt auch scheiße. Ach, das ist das. Ich muss mir ein bisschen nachdenken. Mir tut mir leid. Ich glaube, das ist noch zu hoch da. Scheiße. Ja, jedenfalls, ich glaube, wir haben hier einen Punkt. Das ist schön. Wenn man Glück hat, weiß ich, kann man auch direkt oben drauf landen. Habe ich nämlich auch schon hingekriegt. Das ist ein Punkt. Okay. Das ist ein Punkt. Abwarten, gucken, was passiert. Scheiße, jetzt komme ich ja nicht mehr lang. Nee. Okay, nasschen. Das war knapp, ich habe voll gespuckt gerade. Ich weiß nicht, ob ich das so da oben stehen lassen kann oder ob ich die unterste Kiste wegmachen muss. Das wäre, glaube ich, schon besser, wenn man da die erste Kiste weg macht unten. Muss man halt nur irgendwie richtig hinkriegen. Der Chat ist tot. Ja, merke ich auch gerade. Das sind wohl meine Skills so überrascht. Da war ich ein bisschen zu weit. Hä? Achso, stimmt, wir waren ja... Hä? Ja, war gut. Ich habe meine Brille bekommen. Ich habe zusätzlich kostenlos eine Sonnenbrille mit Sehstärke bekommen. Ähm... Weil ich meine letzte Brille schon da gekauft habe. Und da jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein... schon so viel bei denen eingekauft habe, vom Preis her, dass ich deswegen so ein Dings bekommen habe. Ja, ich brauche eine Brille. Ich habe schon eine Brille seit einem Jahr, aber ich ziehe die im Stream nie auf, weil ich die nicht brauche im Stream. Ähm... Ja, beim André habe ich die erste Staffel von Breaking Bad gekauft. Und der Ja-Saga mit Jim Carrey. Äh... Und im Idee-Kreativ-Markt habe ich mir noch Fimo gekauft und Wolle für mich. für meinen Dreads. Also beides für meinen Dreads. Und dann bald irgendwann. Ja, habe ich auch gemerkt. Hm. Der Idee-Kreativ-Markt ist in... ähm... im... in der Königs-Galerie. Oben gegenüber vom DM. Wir haben ganz viele tolle Sachen. Ich würde am liebsten den ganzen Laden mehr kaufen. Ja, das war doch jetzt. Also... Die haben da... alles. Die haben Wolle zum Stricken. Die haben Zeug, um Anhänger zu machen. Ähm... Acrylfarben. Äh... Ölfarben. Pinsel. Papier. Pappe. Alles. 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 Alles haben die. Eddings. Genau. Es kotzt an. Dezent. Weiß ich nicht. Weil sie es können. Nun. Hm. Ich habe einen Sinn. Ich habe einen Sinn. Okay, die hatten wir schon mal. Oh. Es hätte sein können, dass das nicht reicht von der Explosionsdings. Ach so. Die eine sitzt ein bisschen tiefer. Aber trotzdem macht das ja keinen Sinn. Jetzt sind sie gleich und die eine... Hm. Zum Glück müssen wir das Level nicht auf Zeit machen, ey. Also das Bonus-Level hier. Das war auch knapp. Ich weiß nicht, ob ich hier noch direkt die Zeit mache. Ich weiß nicht, ob ich hier noch direkt die Zeit mache. Hier habe ich erstmal Turnier-Haft gespielt. Tja, jetzt sind wir oben. Okay, da müssen wir eigentlich drüber kommen. Nein. Man denkt, ja, da muss ich hier hin.